BR 2018 Krabbeltiere sind so widerlich Und so delikat Oh, da Da ist noch eins Ah, tu's, tu's weg Weich, matschig und farbenfroh Du hast da ja ein ordentliches Portionchen Insekten vor Raupen sind die Lieblingsnahrung zahlreicher Bewohner des geweihten Landes Ja, die sind schleimig, jedoch vitaminreich Durch den Schleim geht alles ganz leicht runter Sogar der Hyänen Timon, Pumba und Banga finden sie so lecker, dass sie sogar ein Lied über sie singen Ja, das geweihte Land ist zwar voller großer, kräftiger Tiere, doch ohne die kleinen Insekten und Raupen wäre der ewige Kreis schnell unterbrochen Das Essen ist serviert Und jetzt, da die Sonne untergeht, verlassen wir nun erstmal das geweihte Land Begleitet uns bald wieder auf der nächsten Safari mit der Garde der Löwen auf Disney Junior Wobei Wobei Untertitelung